Hallöchen! Willkommen zurück bei The Medium. Es geht weiter. Willkommen, willkommen. Letztes Mal, das war echt schon harter Tobak mit Thomas und Richard. Alter. Okay, und jetzt sind wir in der Anderswelt mit Thomas unterwegs. Okay, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Und mal sehen, äh, was wir über ihn herausfinden werden. Weil wir sind jetzt, so wie es aussieht, irgendwie in seinen Geist eingedrungen. So verstehe ich es zumindest. Mal sehen, was wir hier finden werden. Das sieht schon alles so geil, obskur, aus. Ich muss auch so ein bisschen an H.E.K.I.G.A. denken. Stellenweise. Halte, rück und halte R1 kurz vor dem Treffer für einen Gegenangriff. Das hat nicht geklappt. Okay, diese Tentakeln sind uns nicht freundlich gesonnen. Hm? Du fühlst dich, Thomas. Es ist etwas hier. Es hat sich auf den Tag, wenn sie hierher kam. Es hat sich auf den Weg gebracht. Es hat sich in Hause gebracht. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the heck? Leave her alone! This is it. Richard's big ugly secret. The sum of all his demons. Hmm, okay. Jetzt sind wir in diesem Haus und Richard ist, ich glaube, dass es Richard ist, hinter einer geleimigen Wand verschwunden. Da haben wir Vaters Messer. Richard? Dein Vater hat seinen Knopf vergessen. Du besser gehst und ihn zu bringen. Ha. All right, I'll play along. For now. Ich glaube halt nicht, dass ich durch diese Wand hier durchkomme, ohne weiteres. Nope. Irgendwas muss ich tun, damit diese Ranken sich fortbewegen. Mal sehen, was ich hier drin finde. Ach, komm. Ach, komm. Where are you going? The army is heading out west. And I'll be going with them. But... no! I don't want you to go! I don't want to go either, son. But sometimes, what we want, isn't what's important. Do you understand? I... When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. You're the man of the house now. You're the man of the house now. Okay, jetzt können wir die Tür öffnen. By the sweat of your brow. By the sweat of your brow. You shall rise, and you shall fall. Wer ist das? Ist das Richards Mutter? I don't know. I don't know. I'll return to the earth, from which you came. Eine Verdienstmarke. Hmm. Irgendwann so ein Verdienstabzeichen. And to dust. You will return. Bin ich etwas dunkel geworden, weil die Sonne sich hier verabschiedet. Warte echt so, come and go. Aber man sieht mich ja noch. Aber wie? Wir haben noch das Messer. Können wir da nichts machen? Geisterwelle. R2. Geht nicht. Warum kann ich die Geisterwelle denn nicht einsetzen? Fehlt mir was? Ah, hier ist was. Ein Brief. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefstes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Lieutenant Tedios Tarkovsky zum Ausdruck bringen. Der Betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, dass er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat. Der Verteidigungsminister. Die Uhr hat geläutet. Angst. Ah, hier. Ich kann damit arbeiten. Okay, er kann auch spirituelle Energie aufnehmen und die lädt er dann quasi in seine Hände. Jetzt können wir damit... Geisterwelle. Jetzt sind wir wieder woanders. Okay, dann. Oh, I bet I will. Okay. Kann ich mal sehen. Komm her in hier. Okay. Okay. Danke. Es ist fertig. Außer dem Bild ist hier nichts. Wer spricht denn da mit Richard? Ist das Trauer? Weil sie kannte doch Richard, aber Trauer war ja die Tochter von Thomas, den wir gerade spielen. Hm. Aber was ist es? Es ist etwas, das sehr wichtig ist. Verzweiß mir, du wirst es sicher sein. Das ist ja ein Irrgarten hier. Das sieht aber echt schön aus hier. Wundervoll. What? Es ist auf einmal dunkel. Ich kann mir das Bild nochmal angucken, aber ansonsten nichts. Oh, jetzt steht hier ein Sarg. Nun. Okay, wir können wieder zurückgehen. Hat sich hier was verändert? Ich kann es fühlen, dass etwas nicht richtig ist. Mom, who ist er? Er ist jemanden, der kann uns auszudrücken. Aber ich kann auszudrücken. Ich versuchte, Vater, ich würde dich schützen. Ich weiß, honey. Und er würde so stolz auf dich. Aber manchmal, ein braves Herz ist einfach nicht genug. Hey, komm hier. Ich brauche, du machen etwas für mich. Okay, jetzt scheinen wir in einer Art großem Raum mit Büchern zu sein. Ich habe gesagt, komm hier! Ich brauche dich, um mir das Ding zu bringen. Du weißt, welchen. Ja, wirklich spezifisch. Ah, stur mit Gürtel. Okay, ich verstehe schon, worauf das dann ausläuft. Der wurde geschlagen. Da muss irgendwas hin, aber was? Leere Flasche. Ich brauche den richtigen Gegenstand, wie es aussieht. Dieses komische Buch vielleicht. Okay, dann hätten wir noch das Bild hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, du kleine Scheiße. Ich werde dir ein bisschen Respekt zeigen. Was hast du mit mir gemacht? Schau dir das oder ich werde dich wiederholen. Ungratvolle kleine Scheiße. Geh weg von mir! Also Richards Vater war ein richtiges Arschloch. Und hat ihn geschlagen und mies behandelt. Get away from me, you bastard! No! 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 Mommy! Hold on, Mommy! I'm coming! Let's go of me! Let's go of me! No! No, please. Please, no! 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 Diese Schreie. Oh man Wieder ein Bild Ich glaube ansonsten ist hier nichts Dann Vernichten wir das mal Geisterwelle Zu welcher Zeit sind wir denn jetzt? Ich glaube wesentlich später Vielleicht Sieht hier nämlich alle schon relativ verdorrt aus Und Rose heißt sie Das hat er auch vorher schon gesagt Aber wer ist Rose? Ist das eine Freundin? Was ist das? Eine Kette Aber ich kann sie nicht rausnehmen Vielleicht kommt das noch Das ist nicht lustig Richard Der Weg führt uns immer wieder zu diesem Pabellon Was hat es mit diesem Pabellon Auf sich Ist er besonders wichtig für ihn? Wirklich wär's Aber immer kurz vor dem Pabellon Werden wir rausgeworfen Werden wir rausgeworfen Also Richard Hat er mit Abweisungen zu kämpfen? Natürlich Es schwindet die Tür. Was haben wir denn hier? Ein Collaborator. Mit wem hat er denn kollaboriert? Hat das irgendwas zu bedeuten? Das erste Haus auf der linken Seite, direkt am Fluss, mit dem alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar noch draußen. Wahrscheinlich um Nahrung zu suchen, am besten kommst du nachts. Wer hat das geschrieben? War das Richard? Hat er den Leuten irgendwelche Hinweise gegeben? Da ist Schmuck drin und einen Judenstern. Einen Strick. Okay. Wir werden nochmal ins Bild gesogen. Rose ist nicht da. Rose ist weg. Bitte. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Au. Komm, das können wir besser. Ich muss ja nicht alle töten. Ist Rose also tot? What, hier geht es nicht weiter? Ah, okay, komm her. Nee, hier ist nichts. They took her from me. Hmm. Da komm ich nicht durch. Das Boot ist weg und die Milch ist ausgetrunken. Ach, die Kette. Die hatten wir doch eben in dieser Dose gesehen. Oh shit. Das ist ein riesiges Irgendwas mit mehreren Armen. Das sieht so unglaublich geil aus. Rose? Ah. Is that you? Ohhhhh. Ohhhhhhhhhhhh. Hallo! Hi! Precious little frown! Hi! Lilly! Okay, wir können durch die Tür. Da ist das Ding wieder. Let's get this over with. Was muss ich jetzt tun? Wer ist da, Willi? Wer ist da, Willi? Help! Somebody! Please, help! Over here, kid. Please, Mister, I need help. Monster, it's after me! Monster, you say? What does this... ...monster look like? Sir! Sir! There's no time! Hurry! We have to get out of here! It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, Mister? Do I know you, Mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends. Mom! ...just... ...for... ...you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run. To hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was... pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. ...I... 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 ...Thomas? Who the hell are you? Who the hell are you? Shh. That's what he needed. Auntie. Don't. This whole life, hiding. Hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. Happy. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. What? I know you, Jillian. You smell... You smell... ...just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me... ...because she had nowhere else to go. Where was your father? Where were you? Shut up. Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has brought her away. There's barely anything left. No. It's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I'm not a thing. I have thought about that. You ripped me apart. You put me down and left me in the dark. It's a fiend. A monster. This man... Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... Yes. I know you... You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. He's gone. He's gone. Richard. The red house. This time... It wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Or... Was I a part of the puzzle? This man, Thomas... Was he... A part of my own past? And then... Something clicked. That girl... It's me. But it looks like it was taken here. At Neva. Shit. It's a red house. Whatever it is... I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. It's a red house. Frey Richard... Frey Richard von seinen Dämonen. Das haben wir erfolgreich geschafft. Wir sind jetzt erstmal bei 35 Minuten angelangt und das würde ich auch erstmal dabei belasten und sagen vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von The Medium. Wir hatten jetzt eine erfolgreiche Rückblende in Richards Vergangenheit, in Richards mentalen Zustand. Und jetzt haben wir ein bisschen was zu ihr erfahren, nämlich dass sie hier in Neva war, dass das Foto dort aufgenommen wurde und was mit einem roten Haus. Das hat zumindest das Monster gesagt, was Richard war. Und mal sehen, was wir da noch weitere Informationen erhalten werden plus was mit Trauer ist, ob wir die nochmal wiedersehen werden. Also, macht das gut. Bis zum nächsten Mal bei The Medium.